Dafür prädestiniert, dass wir gerne Vorbilder haben. Und oft ist es so, dass unsere Vorbilder unsere Eltern sind. Wir orientieren uns von Kind, von klein auf bis zum jugendlichen Alter. Bitte nicht schlagen, versuche immer ruhig zu sein, akzeptiere alles, toleriere alles. Das heißt, ich versuche nur irgendetwas zu werden, was ich vielleicht eigentlich gar nicht bin oder sein möchte. Ich beobachte immer mehr Kinder und sehe, dass viele Kinder versuchen, gerne irgendjemanden nachzuimitieren. Das liegt in uns Menschen einfach drin. Wir sind dafür prädestiniert, dass wir gerne Vorbilder haben. Und oft ist es so, dass unsere Vorbilder unsere Eltern sind. Wir orientieren uns von Kind, von klein auf bis zum jugendlichen Alter. Dass wir sagen, guck, der Papa, der ist Feuerwehrmann und ich möchte Feuerwehrmann werden. Das heißt, wir haben, und das ist auch ganz wichtig, wir brauchen Vorbilder, um einfach unsere Identität selbst zu definieren. Aus diesem Grunde ist es auch was Schönes. Aber wenn wir das als Elternteil, oft passiert es auch so, dass die Eltern gerne den Kindern Vorgaben machen. Du musst stark sein als Junge. Oft kommt der Satz, du darfst nicht weinen, weil du bist ein Junge, du musst ganz stark sein. Dabei darf ein Junge auch schwach sein. Er darf Gefühle zeigen, er darf auch weinen. Warum unterbinden wir Emotionen oder Gefühle? Oder wir sagen als Mädchen gerne, die Mamas, mach dich nicht schmutzig, weil dein Kleid ist so schön, du musst so schön aussehen. Und dann bekommen Kinder Ängste. Oh Gott, was ist denn, wenn mein Kleid schmutzig ist? Dann schimpft die Mama mit mir und sie findet mich dann nicht mehr so toll. Das heißt, Kinder wollen immer gefallen. Kinder wollen das Richtige tun. Und wir versuchen uns, unsere Kinder zu verändern, indem wir mit solchen Sprüchen, Weisheiten, schon die Kinder in irgendeiner Form manipulieren und auch beeinflussen. Anstatt zu sagen, du weißt was, du darfst toben, du darfst raufen. Das haben wir auch gemacht als Kinder. Wir haben auch mal einen Freund in den Schwitzkasten genommen und haben mal gekämpft, um zu messen, wie stark bin ich eigentlich, um auch ein Körpergefühl zu bekommen. Oder auch, um mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Dass ich sagen kann, ich bin wer. Aber wenn ich immer höre, bitte nicht schlagen, versuche immer ruhig zu sein, akzeptiere alles, toleriere alles. Das heißt, ich versuche nur irgendetwas zu werden, was ich vielleicht eigentlich gar nicht bin oder sein möchte. Aber ich möchte ja gefallen meinen Eltern oder ich möchte meinen Freunden gefallen. Also ich versuche vieles nachzumachen. Und das beeinflusst sehr die eigene Authentizität. Das heißt, es geht automatisch darin, dass ich mich verändere für andere. Dass ich gar nicht mehr zu mir selbst finden kann. Und es ist so schade, weil Kinder gerade offen sind für solche Dinge. Eigentlich sind Kinder das schönste Geschenk. Die Kinder sind eigentlich ehrliche Seelen, die sagen einem, auch wenn es immer hart ist und auch treffend, immer die Wahrheit. Oder die leben ihre Emotionen. Und wenn wir immer solche Einbrüche den Kindern geben und immer wieder da reingrätschen, unterbinden wir gerade sowas, dass ein Kind sich weiterentwickeln kann. Oder um seine Persönlichkeit zu stärken, das was er ist. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ein Junge vielleicht Friseurin wird. Aber in unserer Gesellschaft, was macht ein Mann? Ein Mann, der ist stark. Am besten wird er entweder Bauarbeiter oder der geht dann als Manager, als Führungsposition oder übernimmt irgendwelche Aufgaben, die ich schon als Papa gemacht habe. Also es heißt, wir lenken und leiten die Kinder in irgendwelche Bahnen, was sie vielleicht gar nicht sein möchten oder wollen. Warum können wir das nicht akzeptieren? Warum können wir nicht einfach Akzeptanz den Kindern schenken und sagen, hier, was möchtest du mal werden? Oder warum fragen wir nicht einfach? Was sind deine Wünsche? Wo? Was willst du machen? Was liebst du? Weil Kinder könnten so toll antworten. Aber wir geben gar nicht die Möglichkeit. Wer fragt denn heute noch seine Kinder, an was hast du Spaß? Wo bist du traurig? Was gefällt dir nicht? Wir nehmen uns gar nicht die Zeit, weil wir gar nicht, wie soll ich sagen, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber weil wir uns vielleicht nicht interessieren nach der Meinung unserer Kinder, weil wir es vielleicht lenken wollen. Das sind aber unbewusste Taten, die wir machen. Aber wenn wir wirklich Interesse haben, ob es meine Kinder ist, ob es meine Partnerin, mein Partner ist, warum können wir nicht einfach fragen, was willst du? Die einfachste Frage in der heutigen Zeit. Das heißt, um die Authentizität meines Kindes wirklich frei entwickeln zu lassen, einfach Interesse zeigen und das Kind so annehmen, akzeptieren, wie es ist. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Glocke, Abo und ein Like.